Wilhelm Kunze Müller war ein deutscher Fotograf. Leben Wilhelm Kunze Müllers Vater war ein Justizrat aus der Provinz Brandenburg. Er besuchte das Joachimsthal-Scheh-Gymnasium in Berlin. 1876 zog er von Berlin nach Baden-Baden und übernahm das Atelier des Malers und Fotografen August Riesler, das sich zu diesem Zeitpunkt in der Eisenbahnstraße befand. 1879 folgte der Umzug in das neu erbaute Atelier Friedrichsstraße 1, das sich gegenüber dem Hotel Messmer befand, in dem das Kaiserpaar auf Besuchen zu residieren pflegte. Wilhelm Kunze Müller war Hoffotograf von Prinz Georg von Preußen und von Landgraf Friedrich Wilhelm von Hessen-Rumpenheim. 1881 kam die Ernennung zum Großherzoglich-Badischen Hoffotografen. 1882 folgte die zum Hof Fotografen seiner Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen. 1887 schuf er im Auftrag der kaiserlichen Privatkanzlei ein Erinnerungsbild für die Offiziere des königlichen Grenadierregiments. Hierzu retuschierte er an einer Fotografie des Kaisers in der Uniform des 1. Garde-Regiments an Helm, Epauletten und Kragen. Um daraus die Uniform der königlichen Grenadiere zu machen, Kunze Müller war mit dem Bildhauer Josef von Kopf befreundet. Als Vertreter der fortschrittlichen Volkspartei wurde Kunze Müller in den 1880er Jahren in den Bürgerausschuss von Baden-Baden gewählt. Trotz seiner prominenten Kundschaft gehörte er wie drei Viertel der Bewohner Baden-Badens zu den Mindestbesteuerten. Er beschäftigte lediglich eine Atelierhilfe und ermöglichte ihrem Sohn eine Berufsausbildung. Mit seiner Ehefrau Helene, die er am 15. August 1878 heiratete, hatte er drei Kinder. Die Tochter Charlotte unterstützte Kunze Müller zeitweise im Atelier und übernahm es nach seinem Tod im Jahr 1918. 1924 verkaufte sie es an den Fotografen Hugo Kühn. Sein ältester Sohn Albert Kunze Müller wurde Gymnasiallehrer, Oberrealschuldirektor und ein bekannter Eisenbahnhistoriker. Der Sohn August Kunze Müller wurde Diepe, ING, für Maschinenbau und arbeitete später beim Betriebsamt Baden-Baden sowie bei Siemens Schuckert. Rezeption … … Vielen Dank.